und damit herzlich willkommen zurück zu against the storm die letzte runde lief ja nicht so prickelnd aber 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 gesundheit fangen wir anfangs von vorne an ja würde ich sagen probieren wir es nochmal bieber und hab hier ja guck mal hatte beim letzten mal nicht fünf gekostet hat er bei der letzten runde nicht fünf gekostet bieber und hab ihn dann nehme ich mit ja was nehmen wir denn mit wir nehmen wir nehmen mit wir nehmen mit wurzeln das habe ich dann nehmen wir die hierfür kuh alter nehmen holz mit essen essen ist immer guten da habe ich noch einen frei dann lasse ich die weg dann nehme ich dafür das stein mit und da ziehen wir los auf 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 weiter geht es weiter geht es weiter geht es ja danke aktiv durch 20 grad 1 durch 2 durch 3 durch 4 acht guck mal aufgeladene regeln dass das als allererstes wege bauen okay dann kann ich da direkt mal den holzfäller wieder rein klatschen so dann haben wir den dann brauchst du da neben den handels posten ich setze ich nämlich da rein so dann siehst du nicht auch schön aus dann brauchst du da dann kommen da häuschen rein so dann bauen wir uns da noch einen weg hin und dann bauen wir uns da noch einen weg rein dann bauen wir einen weg runter da ist kleiner stein hügelchen bodenrückgewinnung während des niederregens wird der boden mit der essenz des regens getränkt während des niederregens erschöpfte ressourcenknoten bringen nährboden ok dann haben wir noch drei reputationsbonusse wir nehmen direkt den tisch ab bei der brauerei für bier oder kuchen davon kann ich nichts gebrauchen plantage oder eine ranch die ranch war gefüttert mit getreide pflanzenfasern getreide gemüse und so ja dann nehmen wir die ranch und dann nehmen wir dann nehmen wir dann nehmen wir den weinkeller noch so auf auf lasst juckt kleines trappalager kann ich auch hier hin bauen so da kolonnen bieber hier könnt ihr mal alles weg machen dann bauen wir direkt die dekoration da rein so dann haben wir unsere rüstung des feuerwerkers übrig gebliebene felgfrüchte stille plünderung lederhandschuhe für jede produktion von zehn kräuter erhalte ich zwei proviant pakete rüstung des feuerwerters ermöglicht es feuerwertern die verderbnis effizienter zu bekämpfen jede verbrannte zyste entfernt zusätzlich 50 verderbnis ja dass das klingt gut das klingt gut das klingt doch hervorragend unsere aufgabe verbessere mindestens eine posten auf lager platz stufe 1 ja müsse ich hinkriegen die erlichtungen kriegen wir auch hin ertelager steinmärz und zehn ziegel das kriege ich auch hin das kriegen wir auch hin das kriegen wir auch hin da packst du hab ihn rein dann können die nämlich da schon mal heute strahlend sammeln so dann könnte ich doch eigentlich hier noch einen holzfäller reinbauen ne weil holz brauchen wir sowieso ohne ende dann machen wir das doch Guck mal, den ersten haben wir schon. Schmiede, Nahrungsmittel, Dissili, Presse. Da würde ich ja eher... Nehmen wir die Presse. Nehmen wir die Presse. So. Dann kann der nämlich hier alles aufmachen. Dann brauchen wir... Dann brauchen wir die primitive Werkbank. Die setze ich mir hier unten schon mal hin. Dann brauchen wir... Die kann ich noch nicht bauen. Mine, Tischler, Presse. Da kriege ich Ziegel. Guck mal, die könnte ich eigentlich doch schon mal herstellen. Die könnte ich doch schon mal herstellen. So, das habe ich. Industrie. Hydrant. Festvoll. Den müssen wir auch noch bauen, ne? Feuerstelle. Minus 30. Und das... Und das... Dann kann man das nämlich erstmal so laufen lassen. Da kriege ich noch Häuser hin. Da könnte ich mich hier eine Straße reinbauen. Dann bauen wir hier ein großes Karree von Häusern rein. Da kriege ich ein Steinmetz noch rein. So, dann hätte ich den auch schon. Und dann brauchen wir noch ein Erntelager, ne? Was uns zwar im Moment nicht hilft. Aber wir haben es. Für die Aufgabe hier. Dann brauche ich nämlich nur noch die Ziegel. Wobei, da könnte ich auch einen reinpacken, ne? Wenn ich hier einen raushole, könnte ich da noch einen reinpacken. Den schiebe ich raus. Da, 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 da. Der ist gleich auch fertig, sehr schön. Jetzt fehlen mir nur noch die Ziegel. Jetzt fehlen mir nur noch die Ziegelis. Der Wald schaut immer zu. Ja, dann lass ihn doch schauen. Judentag. Ähm, 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 da hinten, so. Was braucht Kohle? Ich hätte 16 Kohle, hätte ich noch mal angeboten. Dann müsste ich aber hier direkt den rausnehmen. Das. So. Dann haben wir hier noch einen Lagerplatz. Da könnte ich die... Ja, guck mal, mach mir das so so. Dann nehmen wir die beiden erstmal raus. Setzen die da rein. Hol uns da die Männchen. Und dann kriege ich hier einen Grill. Oh, schön. Schön, schön, schön. Den haben wir auch fertig. Wunderbar. Kräutergarten, kleine Farm, Nahrungshallung, Schreibhaus. Ähm. Gemüse. Nehmen wir die kleine Farm. Dann nehmen wir da die kleine Farm. Dann haben wir den nämlich auch fertig. Dann haben wir den auch fertig. Und ich mach hier mal so diesen hier. Dankeschön. Und wir kriegen noch, guck mal, drei Biber. Dankeschön. Nehmen wir die auch noch mit. Überfleißige Holzarbeiter, durchwurzelte Erde, überfüllte Häuser. Das Gebiet des Holzfällers. Wer nehmen will, muss zunächst geben. Plus eins auf die Holzproduktion. Wenn du diesen Grundstein wählst, verlierst du sämtlich im gelagerten Brennstoff. Ich hab aber dann plus eins. Wartet. Wacht. Stopp. 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 Ich muss warten. Der ist da. Wie viel hab ich? 4,90. Würde ich aber auch direkt neue kriegen. Guck mal, wenn ich die hier direkt reinballere, dann kann ich die da oben reinpacken. So. Hätte dann plus eins auf das Holz. Was ja nicht verkehrt wäre, ne? Ich würde nur die 94, die würde ich jetzt verlieren. Ja. Okay. Damit kann ich aber leben. Weil ich krieg ja sofort neuen hier. Ich würde ja sofort ein neues kriegen. Und da kommen gleich auch noch zwei. Sahilda, Sahilda. Willkommen, willkommen, willkommen. Nahrungssammellager, Kräutersammellager. Plus drei auf die Mäntel. Ja, sehr schön. Was kann ich verkaufen? Ich würde gerne hier, die Werkzeuge, die würde ich gerne schon nehmen. Zehn für zehn. Oder wir nehmen Leder. Wir nehmen Leder. Wir nehmen die Holzbretter. So. Kriege ich die jetzt irgendwie? Ich glaube, da muss ich sieben nehmen, ne? So, dann kann ich hier noch ein bisschen Kleinkram nehmen. So, dann kann ich nämlich hingehen und anfangen. Biberhäuser zu bauen. Die Sätze stehen da rein, so. Die nächsten Aufgaben. Plus zwei auf die Keramik. Dann kriege ich eine Schenke und eingelegte Nahrung. Eine Brauerei habe ich hier. Nehmen wir den. 40 Steine in sieben Minuten. Eine Plantage und Kuchenwürsch. Und plus eins auf die Steinproduktion. 18 hätte ich. Da könnten wir doch eigentlich Wir probieren's. Wir probieren's. Da ist ja auch noch ein Vorkommen. So. So. 40 Steine. Oh, stopp, 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 stopp. Da muss ich den ausmachen. Da ist auch noch einer. Zwei Dorfbewohner sogar. Du hast kein Vorkommen mehr. Da ist auch nichts im Moment. Dann schieb ich dich da hin. Und dann musst du da. Brauche ich den Grill? Die Straße würde passen, ne? Ja, komm. Nehmen wir den Grill mit. Nehmen wir den Grill mit. Was soll's. Habe ich noch Bretter? 14. Also ein Biberhaus könnte ich noch bauen. Dann bauen wir hier noch ein Biberhäuschen hin. So. Da habe ich Kohle. Kleines Trappalager war leer. Dich schiebe ich mal hier rüber. Dann kann ich mich jetzt hier. Dich da rüber schieben. Vier Steine fehlen noch. In drei Minuten. Vier Steine. Kommt. In drei Minuten. Noch zwei. Wunderbar. Sehr schön. Schmelzer. Ziegelei. Grill. Habe ich. Bäckerei. Nehmen wir den Schmelzer. Dann nehmen wir den Schmelzer. Da brauchen wir eine Mine hin. Sehr schön. Dann kann ich mich jetzt hier. Den reinbauen. Der muss weg. Den kann ich hier erstmal hinschieben. Dann bauen wir die Straße da lang. Das schiebe ich da rein. Dann bauen wir da nämlich Arkinhäuser hin. So. Und dann könnte man hier eigentlich einen Speicher hinbauen. Den setze ich mal da drüben hin. Dann brauchen die nämlich nicht so weit laufen. Dann brauchen die nicht so weit laufen. Rüstung des Feuers nochmal, ja. Dann nehmen wir den doch. Haben wir nämlich jetzt zweimal, ne? Dann haben wir den nämlich jetzt zweimal. Sehr schön. So, dann kann ich da hingehen. Den krieg ich nicht hin, ne? Ach, guck mal. Du kannst da hin. So, da nehmen wir... Könnte ich eigentlich... machen wir das so. Machen wir das so. Machen wir das so. Du brauchst noch vier andere Dekorationen. Könnte ich eigentlich den Zaun nehmen, ne? Oder hier so eine Parkanlage hier so wunderschön rein. Oder die Fässer. Guck mal, dann nehmen wir hier noch zwei Sitzbänke. Und dahinter baue ich zwei Fässer. So. Dann bauen wir die so dahin. Das ist schlau. Miene. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Was hast du denn da? Kräutergarten. Sehr schön. 24. 30 Wein. 30 Dörffleisch. 15 Bretter. 15 Stoffe. Und dann kannst du noch ein Zahnrad haben. So, guck mal. Da nimm ich von den Stoffen nämlich. Das und dann kriegst du noch ein Kupfererd. Ja. Sehr schön. Zwei Ziele und ein Stoff fehlt mir noch. Zwei Ziele und ein Stoff. Zwei Ziele und ein Stoff. Ich habe ein Mission Ziel. 40 Bernstein und ein Handel und Markt. Verkaufe Waren im Wert von mindestens 35 Bernstein. Ja, habe ich nicht. Nehmen wir den. Besitzen mindestens 50 von Harmonie. Harmonie war gelb, ne? 15 Stück. Okay. Das ist auch eine Hausnummer. 1, 2, 3, 4. Kann ich da eine Mine hinbauen? Dann kann ich da eine Mine hinbauen. Müsste das da nun weg? Da haben wir einen Friedhof. Dann muss ich die Bretter nehmen, ne? Manche Geheimnisse sollten besser unerzählt bleiben. Du erhältst alle 60 Sekunden 40 Feindlichkeitspunkte. Okay, 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 okay. Okay, muss ich ja machen, ne? Da kann ich nichts machen. Die schiebe ich aber da rein. Die baue ich da. Geradeaus weiter. Äh, Waldarbeiterhütte, Kräutergarten, Schmiede. Dann nehmen wir die... Gar nichts, weil wir nichts brauchen davon. Komm, wir können den Kräutergarten nehmen. Wir nehmen den Kräutergarten. So, dann kann ich doch hier... So, dann kann ich doch hier... So, noch Biberhäuser hinbauen. Biberhäusernchen. Die Biberhäuserchen. Krieg ich den nicht weg. So, hier Trappalager, ne? Erntelager habe ich. Das ist oben. Und hier bräuchte ich Nahrungssammellager. Okay. Ich könnte hier einen Speicher reinbauen. Ich glaube, das machen wir auch. So. Und der... Ja, stimmt. Den müsste ich auch noch bauen. Den bauen wir da hin. Der ist weltwichtig. Der ist weltwichtig. Den habe ich total vergessen. Kann ich nichts machen. Habe ich nichts. Fehlofen. Brauerei. Sägewerk. Da. Da ist meine Brauerei. Die Presse. Ah. Die Ranch würde ich jetzt gerne bauen. Irgendwo hier. Das hatten wir schon. Ein standardisiertes Regelwerk. Hier fünf Dorfbewohner mit erfüllten Bildungsbedürfnis. Erhöhlt sich die globale Produktionsgeschwindigkeit um 25%. Hier habe ich keinen Handel mehr. Nein, stimmt gar nicht. Handelsposten. Die Siedlung ist in der Region als Handelsposten bekannt. Jedes Mal, wenn du im Waren im Wert von 60 Bernstein verkaufst, erhältst du einen Reputationspunkt. Die durch Entschlossenheit erhaltene Reputation wird jedoch um 50% verringert. Nehmen wir hier. Nehmen wir die Fässer. Nehmen wir die Fässer. Der ist leer. Du bist auch leer. Dann kann ich nämlich nach. Menschenhäuser reinbauen. Zwei Stück. Die müssten nämlich dann reichen. Dann hauen wir da die Menschen rein. Nehmen wir die. Nehmen wir die. Du müsstest mal hier so langsam Platz schaffen, damit ich da meine Mine hinkriege. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Du bist da am Arbeiten. So, was habe ich hier? Nehmen wir die. Nehmen wir die. Da kann ich schon nichts machen, ne? Da muss ich hier warten, bis da die Mine steht. So, da an die Mine drauf. Haben wir keine Bretter, doch. So, dann kann ich da den Tischler hinsetzen. Wie weit geht der? Der geht bis da, ne? Dann setze ich die so. Den da hoch. Den Holzfäller kann ich da rüber schieben. Kann ich da den Tischler reinsetzen. Oder dahinter. So, da den Tischler rein. Ein Harpin-Haus brauche ich noch. Du bist auch wieder da. Sehr schön. Was brauche ich denn? Eigentlich brauche ich gar nichts, ne? Ich kann die verkaufen. Dafür hole ich mir die. So. Verkaufe Waren im Wert von mindestens 60 Bernstein. Ja, das kriegen wir auch hin. 60 Bernstein. Hätte ich schon mal 30, ne? Das Problem hier ist mit den Kräutergärten. Ich habe keinen Platz für die Kräutergärten. Ich habe hier eine kleine Ecke, aber die bringt mir einmal gar nichts. Fehlen Bretter, ne? Junge Frau, es fehlen Bretter. Ach, der Leuchtturm schon wieder. Und ein Speicher. Den kann ich aber dann abreißen. Ich muss aber erstmal den da machen. Erstmal müssen wir den machen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns. Tschüss. Vielen Dank.